Hi! Oh Gott, wir haben ja noch eine Schicht drüber, hab ich grad gar nicht gedacht. Ja, ich mein, es wär dadurch natürlich abgerundet. Das geht ja, aber... Ne, ne, wir machen das so, wie du das gesagt hast. Ich hatte das grad gar nicht im Kopf. Machen wir das so, dass es nur nach unten hin angeschrägt ist, sozusagen? Nach oben einfach eine Platte dann ist? Oder wie machen wir das? Ne, ne, wir machen oben... Also wir machen jetzt den Cobblestone drauf und machen dann die Stufe drauf. Weißt du? Ja, ich glaube. Warte, ich zeig's dir nochmal. Also jetzt kommt hier Cobbl, 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 Cobbl. Ja. Und dann kommt Stufe, Stufe, Stufe. Hier willst du so rum drauf machen? Okay. Ja. Warte, weil meine Idee war nämlich, ob du nämlich stattdessen hingehen willst, anstatt das hier, ich glaub die mal gerade kurz weg, anstatt das zu machen, ob du hingehen willst und sagst, wir setzen das als Abschluss drauf und hier kommt auch ein Geländer drauf. Weiß nicht, ob's da nicht ein bisschen zu alt wird. Das geht eigentlich. Ja, das können wir natürlich auch machen. Man kann das jetzt... Ja. Hm. Wisst ihr was? Ich mach mal einer meiner lustigen Spaziergänge. Ich bezweifle zwar, dass... Oh. Ich mach keinen meiner lustigen Spaziergänge, weil da warten eine Menge Creeper auf mich. Ähm. Ich wollte grad sagen, ich guck mal ein bisschen von unten, wie das aussieht. Also wie breit wirkt diese Brücke jetzt von unten? Kann man da noch einen dransetzen oder nicht? Jetzt frage ich mich gerade, wie komm ich hier runter, ohne den Creepern in die Arme zu laufen? Aha. Voll dumm. Warum müsst ihr da alle sein? Hm. Was soll das? Ach, ich stürz mich jetzt einfach hier fröhlich hier am Berg runter und komm da schon irgendwie lang. No, 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 no. Geht weg. Aua. Wow. Hier sollte ich nicht runterfallen. Ähm. Ja, dumm ist halt wirklich. Ich seh hier gerade nur Erde von hier unten. Das ist bescheuert. Egal. Ja. Gut. No. Nicht runterfallen. Halleluja, ey. Da wären wir wieder bei unserer geliebten Höhenangst von neulich, weißt du noch? Ja. Das ist gerade so, äh, wo genau geh ich hier gerade lang? Das ist natürlich schön, ne? Ich kann das voll nicht einschätzen, weil, doof gesagt, diese Erdschicht ist so groß. Ich, ich seh nichts anderes außer Erde gerade. Das ist halt, hm. Hm. Wenn die wegbauen würden, könnte ich das einschätzen. Aber ganz ehrlich, das kann man machen, denke ich. Weil, ich bin jetzt nicht ganz so, nicht mehr jetzt auf der Hälfte, ne? Und wenn ich da so hoch gucke und allein das Konstrukt, wo du jetzt gerade bist, also diesen Rand alleine, der wirkt nicht mal so übertrieben breit. Also wenn das dann insgesamt noch jeweils zwei Blöcke breiter wird dadurch, dann denke ich, ist das voll okay. Gut, machen wir dann. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ist sicher einrichten. Ganz ehrlich, weißt du, was das Spannendste wird? Hm. Wenn wir das da stehen haben und dann diese Erdbrücke da drunter wegkloppen und dann das das erste Mal von unten sehen. So, das meinst du? Ja, das wird... Ja, also das... Da hab ich auch schon aufgeregt. Dass die Brücke dann das erste Mal da steht ohne dieses Behelfskonstrukt, sondern wir wirklich nur mal diese Brücke sehen. Und die Leute halt dann auch, weil das sieht im Konzept gerade gut aus, aber wir sehen es auch nur vom Nahen. So, du baust da gerade schon fröhlich drauf, dann mach ich das ja auch mal. Ähm, sag mal, ich weiß nicht genau, wie du das angelegt hast. Magst du mal gucken, ob du hier die Ecken einmal noch ausfüllst? Kann ich die Ecken machen? Dann mach ich die Ecken, dann machst du schon mal die, äh... Das, was du da so geplant hast. Da, ups, da noch einen dran machen. Ich mach mal eben hier noch eine Reihe dran, weil hier fehlte noch was. Da hab ich ja schon. Also bei mir fehlten nur die Ecken sozusagen jetzt. Ich hab nur die... Ja, die mach ich gerade. Weil ich nicht wusste genau, wie du diese Rundung da dran gemacht hast sozusagen. Äh, hepp. Ne, der war wieder falsch. Fast. So, soll ich dich das da mal einfach machen lassen, denn? Das war ein Rest, ja, ne? In dem Moment fall ich runter. Haha. Ganz kurz sah es geplant aus. Hättest du nichts gesagt, hätte ich nicht mal gemerkt, dass du, äh, aus Versehen runtergestürzt bist. Na gut. So, ich pack schon mal hier Cobblestone drauf, ne? Ja, 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 ja. Mhm. So, das. Einmal da. Hepp. Ähm. Kann ich da komplett rüber, oder fehlt da noch irgendwo was? Ist da noch eine Lücke? Hm. Nein? Okay. Gut. Dann wollen wir da draufkobbeln. Zack. 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 Der war jetzt nicht ganz richtig, aber das macht nix. So. Ja, doch. Ne, läuft. Wird schön. Und wie gesagt, ich dachte halt irgendwie so ein Geländer einfach oben drauf, oder was reicht, ne? Machen wir als Geländer dann auch diese Cobblestone-Zäune, wie bei den Mauern liegen? Diese Mauern halt, ne? Ja, würde ich sagen. Ah, okay. Ähm, so, hier würde das noch einmal fehlen. Kannste ja einmal gleich kurz gucken. Was? Wo, 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 wo? Hier vorne. Hier die Ecke sozusagen. Das ist das einzige. Die fehlt noch. Okay. Äh. Achso, das hier oben baue ich jetzt ab. Ja, ne? Das hier baue ich mal eben weg. Ups. Ach, hier kommt auch noch was drauf, ne? Oder? Fehlt das hier noch? Sehe ich richtig, ne? Ja. Dann mal da. Uah. Sollte nicht runterfallen. Die ganze Erde, die da liegt. Schön. Ich hab ja die Erde da wieder weggemacht. Wo muss ich denn? Da. Ähm, äh, da. Also du meintest jetzt, dass wir da ran nochmal Treppen machen, oder wie? Ja, würde ich halt sagen. So, du nimmst die Seite, ich nehme die andere Seite, dann passt das schon. Ah, hast du ja sogar schon. Mh, einmal das. So, komm mal her. Brauchen eh ne Menge. Ich lass dir jetzt die Ecken wieder frei. Ich bin irgendwie sehr ungeschickt darin, wenn es darum geht, die Ecken dran zu machen. Weil die immer nicht so die Rundung kriegen, wie ich sie gerne hätte. Okay. Oder, beziehungsweise, ich muss immer viel rumprobieren. Ich muss die immer mehrfach dran und ab machen meistens, bis es dann irgendwann mal vernünftig funktioniert, so wie ich sie gerne haben möchte. Dann mach ich halt einfach die Geraden dran und lass dich da gleich mehr. Du, du bist der Eckenmeister. So. Ich bin der Eckenmeister. Oh. So. Einfach mal ne Taste halten und andere Tasten halten und einfach mal das Spiel machen lassen. Sehr schön. Wenn jetzt die Kamera rumzieht, haben wir überall Milliarden Treppen. Das wird super. Oh. Wunderschön dann. Ja. Ich nenne sie dann die Furiose Treppenskulptur. Das wird schön. Äh. Da. Gott, diese Schatten. Das sieht so schön aus. Übsch. Das ist im Übrigen, bevor sich irgendwer wundert, ich spiele gerade immer noch mit einer Preview-Fassung von diesen Optifine. Insofern, ich bin noch nicht so 100% zufrieden, wie die Shader gerade laufen. Aber generell laufen sie halt überhaupt. Und ich hatte gerade vor unserer Aufnahme hier, wir nehmen ja gerade zwei Folgen auch auf. Huch. Ähm. Habe ich nämlich auch gesagt, ich... Ich hatte gesehen, da war zwar eine neue Preview-Fassung raus, aber ich dachte mir, naja, Preview ist Preview ist Preview. Ne, da warte ich lieber, bis dann wirklich eine vollständige neue Fassung da ist, bevor ich da jetzt groß weiter rum experimentiere. Ich sehe, weil das läuft ja generell. Und das läuft auch sehr gut. Ich bleibe nachher vor dabei. Also, ich habe das Gefühl, dass es bei mir insgesamt gerade deutlich stabiler läuft, als es vorher der Fall war. Und da bin ich schon mal sehr dankbar für. Mhm. Einfach weil Framerate und so und Sichtweite sind dann ja doch mal ganz schön. So, ich tue mal hier ein bisschen... Ich leuchte das mal minimal noch aus. Hm, ja. Sag mal, eine spannende Frage. Du hattest das doch in den... Ich glaube, hier in unserem ursprünglichen Dorf hattest du doch so ein, zwei Ecken gemacht, auch mit diesen Steinmauern da, dass die diese... Ja, wie nenne ich das jetzt? Ich sage jetzt mal Noppen haben, sozusagen. Du hast ja eigentlich, wenn du die hinstellst, hast du ja nur so eine kleine Steinsäule. Wenn du dann mehrere verbindest, zum Beispiel so drei Stück oder sowas, hast du ja in der Mitte das etwas flachere, schmalere Teil. Und an den Seiten diese Säulen halt, ne? Ja. Wo zwischen ja die Mauer ist. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Fackel draufsetzt, dann entsteht da auch so eine Säule. Wie machst du das, dass... Kann man das irgendwie machen, dass diese Säulen in Anführungsstrichen sozusagen ab und zu einfach mal da sind? Äh, du musst einen Block dahinter haben. Wo er sich quasi mit verbindet noch. Okay, aber ansonsten geht's nicht. Nee. Na gut. Das ist aber kein Ding. Weißt du, was geil wär? Fällt mir gerade mal hier so auf. Einerseits sieht die Beleuchtung gerade sehr geil aus. Ich bin mal gerade ganz kurz am schwärmen hier, wie hübsch das aussieht. Ähm, da wir die Brücke jetzt ja auch noch ein bisschen breiter gemacht haben. Oh no. Nicht sterben. Abgestürzt. Mhm. Du armer Kerl. Ähm. Das sieht so wunderschön aus. Oh Gott, Babys haben wir. Ich find auch noch eins zu holen. Äh. Was ich gerade vorschlagen wollte. Wie sieht das eigentlich aus? Wir haben das ja jetzt wirklich so breit gemacht da durch die Brücke. Was überhaupt nicht schlecht ist. Ähm. Stellen wir da uns so. Bauen wir uns da so einzelrichtige Laternen drauf. Aber ich hätte so Bock mal ins Nether zu gehen und zu gucken, dass wir uns ein bisschen Glow Sound oder sowas organisieren. Äh. Ja. An sich klingt das nach ne Idee, ja. Also gefällt mir besser, als zu sagen, ja wir machen halt hier so Mauern an der Seite und dann klatschen da Fackeln drauf. Jaja. Fackeln sind schön, aber so richtig Laternen mäßig fänd ich irgendwie viel geiler. Die Idee gefällt mir besser, muss ich sagen. Mhm. Auch wenn ich noch nicht so ganz weiß, wie genau und was und was leuchtet denn da? Ach, das sind wieder die Spinnen, ne? Die Augen. Das ist immer noch so ein Mysterium bei diesen Shader. Warum auch immer die Augen von Spinnen rot leuchten nachts. Wenn Creeper ja grün leuchten würden, das wäre mal hilfreich. Dann wüsste ich wenigstens wo ich nicht hinlaufen möchte. Mhm. Aber die leuchten natürlich gar nicht. Jo, äh. Kommt man hier auch bedenkenlos irgendwo wieder runter? Ich geh mal da lang. Wir kommen hier nie wieder drauf. Wird super. Wollte auch sagen, das hat was, dass es so langsam sich, äh, dünner macht mit diesen Stufen noch. Ja, doch, gefällt mir. Ja. Ich mach, also meistens hab ich ja, wenn ich so Brücken baue, sind die jetzt nicht so groß wie die hier. Aber ich mach das meistens halt so, so von unten mit diesen, äh, ne, Sachen da dran, einfach um das so ein bisschen abzuflachen nach unten hin, weil ich das optisch eigentlich immer ganz schick finde, wenn man das so macht. Ähm, hast du noch ein paar Stufen für mich, damit ich die Ecken mache? Ja, warte, ich komm da hinten eben hoch, dann kann ich dir, ich hab, oh, warte, ich hab nur vier Stück, warte, ich hol mal eben noch welche. Gib mir eine Sekunde, wie viele brauchst du? Na, ich weiß nicht. Machen wir mal so einen halben Stack, so 2,30. Hm, haben wir noch welche drin? Nein. So einen halben Stack, sagste. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Cobblestone hier oben, aber ist egal. Ja, so ein paar krieg ich wohl noch hin. Warte, 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 hepp. Ja, jetzt kriegst du ein paar mehr, ist aber auch okay. So, hi. Hi. Einmal den. Cobblestone brauchst du auch noch, oder? Mhm. Ja, gib mir mal ein bisschen. Ich lass dir den mal da. Soll ich mal einen neuen holen gehen? Ja, das wär glaub ich ganz gut, aber ich würd, also du solltest lieber warten, dass der Tag gebrochen ist. Ja, oder ich packe eben meine geilen Sachen eben kurz hier rein und geh dann runter und nehm nur mein Schwert mit und scheiß drauf. Ja, oder so. Ne, weil dann ist ja auch egal. Warum hab ich das jetzt mitgenommen? Ist egal. So, ich muss ja nur an die Truhe unten dran. Unser Haus ist im Übrigen ja unten kaputt gewesen. Das hab ich gar nicht repariert jetzt. Naja, das wird schon passen. Hä, wir hatten das doch repariert, glaub. Ja, aber da ist mir doch gerade der eine Creeper mitten im Gesicht explodiert. Ach so, ja stimmt. Und das, das meine ich jetzt, das hatte ich jetzt nicht direkt wieder neu repariert. Wow. Der war etwas stürmisch. Aber. So, ich geh mal eben schnell nach Hause. Mhm. Eigentlich könnte ich auch das Haus mal eben kurz nochmal zubauen. Nur so Safety First mäßig. Ach, da komm ich jetzt so gar nicht dran, ne? Oh. Oh äh. Oh, oh Sebastian. Ach, haut da alle ab. Ne, 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 ne. Tschö. So, jetzt hab ich hier ne kleine Party draußen. Aber das ist mir egal. Ich warte mal eben ganz kurz hier drin. Cobblestone haben wir gesagt, ne? Was ist mit Gravel? Gravel haben wir ja. Muss ich den noch mitbringen oder hast du genug oben? Ich denke mal, wir haben genug Gravel hier oben erstmal. Okay. Soll ich uns mal Betten mit nach oben bringen? Das wäre vielleicht eine Idee. Wo ich den nämlich hier gerade mal so sehe. Das wäre vielleicht wirklich ganz schlau. Boah, wir haben unglaublich fünf Cobblestone-Walls. Das ist ja hier, du... Das ist ja hier quasi episch. Den nehme ich mal mit, wa? Mach ich mal einfach. Jetzt stürmen wir doch hier alle nicht so ins Gesicht, Mann. Das ist voll unhöflich. Wie soll ich denn jetzt hier rausgehen? Ich muss doch noch an die Truhen. Mann. Ja, ziel ruhig. Geh nicht, Ravi. Ja, irgendwo ist hier draußen ein Creeper schon wieder. Das ist das, was mich stört. Oh, das ist das Böse. Hm, ja, kriege ich schon hin. Ich komme hier noch irgendwie lebend raus. Keine Sorge. Völlig unbeeindruckt läuft eine Kuh erstmal an der Tür vorbei. So von außen. Sehr schön. Das sah jetzt gar nicht absurd aus. Ganz toll. Ja, ist schön, dass die halt nur auf uns gehen. So, Creeper, da. Möchtest du explodieren? Wenn ja, mach's bitte hier, weil hier ist es egal. Nein, nicht. Noch besser. Stirb. Danke. Halt die Fresse da hin. Ich geh ja schon. Ähm, Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone. Waren wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bitte nichts explodieren in mir. Hau ab von mir. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Nächster. Komm her. Next. Next. Ja, stirb. Danke. Tschö. Ich geh schon. Ich geh schon. Ja, ich geh schon. Ja. Warum leuchten Pfeile? Das ist so absurd. Ja. Ganz ehrlich, also wir gucken ja irgendwie gegenseitig unsere Videos seltenst, aber ich werde dich zwingen, mal einmal zumindest kurz reinzugucken und dir diese Pfeile zu geben. Das sind alles Lichtpfeile auf einmal hier. Aua. Wir sind halt bei Star Wars. Ja, aber das ist... Wow. Wow, ja. Ah, Laser, Strahl, Fitz, ich geh schon. Tschüss. Meine Fresse. So, ich hab ja schon... So, in der nächsten Folge suche ich mir hier ein Skin raus von Prinzessin Leia und dann laufe ich damit rum. Das wird ganz schön. Prinzessin kämpft in Minecraft gegen Galaten. Ja. Macht bestimmt auch wieder viele Views. Ja, vor allem wenn man das Sklavenoutfit nimmt. Äh. Komme ich hier auch hoch? Danke. Schön. Das ist doch hübsch. So. Ich bin gekommen, um Kram mitzubringen. Ich eile. Bin gleich da. Ja. War aber Safety First nicht verkehrt, äh, bisschen was, äh, ja, hier oben zu lassen. Hier schon wieder irgendwie Zombies oder sonst was. Hallo. Hallo. Was? Oh. Ich hör Zombies. Wo ist der? Na, ich geh jetzt nicht suchen. Sonst wird das wieder so absurd wie mit der einen Hexe, weißt du noch, im Berg. Oder irgendwie eine folgende Scheißhexe aus dem Berg rausgraben. Das ist ja total bescheuert. Was ist das für Geräusch? Ja, das ist echt super absurd war das auf jeden Fall. So, das da, das da. Ich tue jetzt mal einfach alles mögliche hier rein, ne? Da, 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 da. So, und der Mist kommt jetzt weg hier. Das braucht kein Mensch. Ähm, tschüss Pfeile, tschüss Knochen, tschüss Rottenflash und tschüss Gunpowder. Ich mag ja diesen großen Mülleimer, der ist schön groß. Äh, Betten Anyone, ich stell die mal hier einfach hin. Obwohl, weißt du was, ich kann ja auch nach oben stellen. Pack ich das nach oben? Und daraus kommst du nicht hoch. Wo ist dieser Zombie? Der muss ja irgendwo sein, ich höre den. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich höre den sogar. Ach, da! Hi! Ich komme nicht dran, ist auch egal. Ähm, ja, gut. So, dann komme ich die andere Seite eben hoch. Wir hätten uns irgendwo einen Weg lassen sollen, ne? Das war jetzt schon smart von uns. Ich wollte es schon mal fertig bauen. Hey. Und das, liebe Kinder, nennt man eine Übermotivation. Ich habe das höchste Haus der Welt gebaut. Ich komme nie wieder runter. Äh. Und wie komme ich hier hoch? Aufgang. Du musst auf diesen Balken springen, von der Treppe aus. Wow. Und dann kommst du hoch. Wow. Zumindest sobald ich es schaffe, da drauf zu springen. Okay. Hi. Hallo. Achso, du machst jetzt hier noch Keys drauf, okay. Na klar. Was ist denn, will doch der Weg dann? Willst du... Soll ich ehrlich sein? Sollen wir bei einer Sache rumtricksen? Hm? Das sieht doch jetzt kein Mensch. Okay. Jeder, der dieses Video guckt, aber hinterher für den Look. Das würde doch kein Mensch sehen. Sollen wir nicht einfach hingehen und hier in der Mitte jetzt irgendwie nochmal so, weiß ich nicht, zwei, drei Blöcke frei rauskloppen? Wie meinst du das? Naja, wir lassen die zwei Felder dick, so wie sie jetzt ist. Und du nimmst einfach... So, pass auf. Doof gesagt gehst du jetzt hin und kloppst dir hier gemütlich deine ein, zwei Bahnen frei und schmeißt hier dein Grabble rein. Dann wird sie nicht noch dicker, als sie sowieso schon ist. Und wir machen den Keys einfach da rein, weil wir haben doch die Fläche. Von hier oben sieht sowieso kein Arsch, wie dick das Ding ist. Weil wir einfach durch, gerade dadurch, dass wir die ja auch so angeschrägt haben mit den Treppen hier am Rand, siehst du sowieso nicht, dass die nur in Anführungsstrichen zwei Felder dick ist. Und du weißt auch... Wir können auch den Weg hier drinnen machen. Ja, das... Ich dachte nur, wir machen auch den Weg da oben drauf. Deswegen meine ich ja, weißt du, aber dass wir einfach die hier nochmal so rausnehmen dann, irgendwie so Dreierbreite, und hier den Gravel dann reinschmeißen. Na gut. Anstatt den nochmal einen zusätzlich oben weiter drauf zu setzen, weißt du? Oh, okay. Spart halt auch ein bisschen Material, ne? Weil wir kriegen jetzt eine Menge Cobblestone wieder zurück, sozusagen. Ja, den brauchen wir eher für die Zäune. Zum Beispiel, eben. Du wirst es im Übrigen nicht glauben. Es ist... Ich weiß gar nicht, war unten noch irgendwas an Cobblestone, oder habe ich den jetzt ganz leer gemacht? Ne, ein bisschen was war... Aber also, Cobblestone geht uns tatsächlich gerade ein bisschen aus. Erstaunlicherweise, aber hm. Eigentlich dann auch wieder nicht so erstaunlich, wenn du dir mal kurz anguckst, was wir hier schon gebaut haben. Also insofern ist das vielleicht ein bisschen smarter, das so zu machen, dachte ich, ne? Ja, wollen wir dann... Huch, wollen wir dann den Kies bis hier durchziehen? Also noch einen weiter, oder? Ähm, Moment, ich muss erstmal versuchen, wieder hochzukommen. Das wäre, glaube ich, besser, ne? Wenn wir noch einen wegkloppen. Wie, wie meinst du jetzt? Ja. Wir haben ja eh diese Verengung, dann sollte der Weg auch sich verengen, weil sonst ist das ja irgendwie schwachsinnig, irgendwie. Ja. Das können wir ja gleich gucken, wie wir das dann da vorne machen. Ja. Einen vergessen. Und dann... So, schön, dass jetzt... Hier... Kann ich schon wieder einfach nur festhalten und, äh... Und... Arbeite mich mal eben hier lang. Sehr elegant. Ja. Ich kropp die hier eben in der Mitte schon mal weg, ne? Mhm. Ich glaube, da bin ich ein bisschen schneller drin als du jetzt, weil Diamantschwitz hat natürlich. Hm, ich hab leider nur ne Steinspitzacke. Sonst macht der im Zweifel noch einen. Ich mein, die hält ja schon relativ lange auf, wenn wir hier sehr viel damit machen. Hoch. Jetzt hab ich den Rand hier weggekloppt. Naja, ist egal. Können wir gleich wieder dran machen. Und warte mal, müssen wir hier neben noch hin? Oder bin ich dann zu weit? Nee. Haben wir da unten noch Kies? Ähm, Kies hab ich... Glaub ich jetzt gerade noch ein bisschen mitgebracht? Weiß ich gar nicht. Ich muss mal hier eben in der Kiste gucken dann. Wenn, dann ist hier noch weniger. Ich glaub, unten hatte ich den jetzt leer gemacht. Weil, wenn wir gar keinen mehr haben, ne? Dann müssen wir auch wieder Kies holen erstmal. Ich bin mal eben verwirrt. Achso. Ja, dreierbreite. Darf ich den Kies hier eben mal kurz abbauen, damit ich dann vernünftig das da durchgraben kann? Ja, ne? Ja. Das mach ich mal einfach. Ach ja, schön. Jetzt krieg ich erstmal ganz viele hier Flintstones wieder. Sehr schön. Na gut. Was man nicht alles tut. Wow. Ist dieses Kiesabgrabe-Geräusch eigentlich exakt das gleiche wie bei Erde? Ich glaube nicht. Nee. Das klingt einfach nicht ganz so befriedigend. So, einmal den, äh, und dann zurück in die andere Richtung. Ja, müssen wir mal gucken. Kies müssen wir dann irgendwo noch organisieren, denk ich mal. Ich weiß nicht, haben wir im, äh, ja bei unserem alten Bauplatz da im Städtchen, da haben wir da irgendwo noch Kies gehabt, groß? Das weiß ich grad nicht. Sonst können wir da ja auch nochmal rumgehen irgendwann, wenn du magst. Mhm. Mal schauen, was wir da noch so an Material haben. Weil ich hab jetzt schon kein Kies mehr im Inventar. Oh, okay. Guck mal, ob wir noch welche in der Kiste haben. Ja. Musst du mal schauen halt. Also ich hab jetzt natürlich hier eine Reihe klar, die ich grad abgebaut hab, die knall ich hier aber hier gleich direkt wieder rein, ne? Mhm. So, dann bin ich auch gleich durch. Nee, Kies haben wir tatsächlich keinen mehr. Keiner mehr drin, okay. Ich bin mir sehr sicher, dass unten auch nix groß war. So, ähm... Wie lange haben wir denn noch, muss ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge vor. Wir weiterbauen erst vom Kies. Ja, ich glaub, es macht tatsächlich wenig Sinn, das jetzt sofort zu machen. Insofern, ja, machen wir das in der nächsten Folge. Macht Sinn. Also fünf Minuten hast du noch. Theoretisch sagt meine Uhr aber. Mhm. Ich mein, unten neben unserer Erdhüte war zum Beispiel so ein bisschen noch was. Ich weiß nicht, ob sich das aber lohnt da groß. So, bevor ich jetzt hier runterstürze. Ach ja, natürlich, natürlich. Klar. Das macht total viel Sinn, weil ich hab ja... äh, Flintstone bekommen stattdessen. Ja, das ist eh immer scheiße. Das ist immer doof. Das war doch aber früher, glaub ich, so, dass wenn du sowas abgebaut hast, kam der höchstens zusätzlich mit raus, oder? Oder vertu ich mich da jetzt total? Ich hab jetzt erstmal hier so einen provisorischen Übergang gemacht, ne? Mhm. Ja, Hauptsache, dass wir irgendwie da rankommen, ne? Ja, gut, dann machen wir die Folge noch so, dass wir hier die... dass das Koppel wieder da weg machen, wo wir's nicht brauchen, würd ich sagen. Ähm... Und dann, ja. Soll ich sonst mal eben ganz kurz unten gucken gehen, ob da noch was war? Ich bin mir da nicht sicher, wie gesagt. So, ich lass mal eben... lass mal ganz elegant hier eben am Ranty stehen. Ich stell mal eben hier zwei Betten hin, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Füßchen an Füßchen. So. Hm, 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 hm. Hoffentlich ohne Creeper diesmal. Ups, das ging fast etwas zu schnell. Und weiter abwärts. Da mach ich mir jetzt auch mal ne Diamantspitze, ne? Ja, klar, mach das. Wie gesagt, es macht ja hier tatsächlich Sinn. Es beschleunigt doch einfach ein bisschen die ganze Arbeit, die wir uns hier machen. Und ich denke, wenn ich für sowas, für was willst du, dann Diamantspitzehack nehmen. Für Obsidian. Ja, das können wir auch gerne noch stundenlang dann irgendwann machen mit den Obsidian, aber ich glaube... Oh, wir haben einen, ein Stack Gravel kann ich dir mitbringen. Uh, wir haben sogar noch einen ganzen Stack. Oh no, oh no. Habe ich da einen Creeper gesehen? Ja, ich habe einen Creeper gesehen. Hier unten ist im Übrigen auch noch ein bisschen was Gravel. Das kann ich mal eben abbauen, wenn du magst. Gerne, gerne. Na. Ach, du bist doch ein Drecksack. The Node weiß, was wir auch machen können. Wir können ja den mittleren Erdegang, also den mittleren Gang. Die mittleren zwei können wir aus Erde machen und dort so einen Erdeweg machen. Oder das. Ja, dann haben wir auf jeden Fall reichlich. Also das sollte nicht das Problem sein. Oh no, ich habe eine Höhle gefunden, glaube ich. Oh, ich habe einen verpasst. Ach ja, er wollte nur Gravel farmen. Was er fand, ist dann unglaublich. Hallo Höhle. Bist du eine große Höhle? Nein, du bist nur mit ein bisschen Wasser gefüllt? Oder wie sehe ich das hier? Mit ein bisschen Wasser? Ach, du bist... Ach, das ist das. Okay. Ah, okay. Dann ist eh egal. Ja, ich klop hier mal eben das bisschen Gravel raus, was hier unten ist, ne? Ist irgendwie nur so ein kleines Dings hier. Wie nennt man das denn jetzt eigentlich? Ich hatte jetzt irgendwie an dem Begriff Flöze im Kopf, aber das ist ja eher was für Erze. Bei Gravel... Weiß ich nicht. Eine Herde? Ich habe eine Herde Gravel gefunden. Juhu. Nein, das klingt sehr bescheuert. Dann komme ich erstmal wieder hoch? Jo, klingt nach dem Plan. Okay. Dann können wir, glaube ich, auch gleich gucken, dass wir dann Farben machen. So, ich nehme mal die Fackel in die Hand. Das ist im Übrigen für mich immer das schönste Highlight hier mit diesen Shadern, dass man eine Fackel in die Hand nimmt und tadaa, man hat Licht. Das ist einfach so angenehm. Es sollte Standard in Minecraft werden. So, ich eile, ich eile. Bin gleich da. Ich hätte jetzt natürlich auch Erde mitnehmen können. Das wäre zu schlau gewesen, oder? Ein bisschen. Das wäre eindeutig viel zu schlau gewesen. Auf jeden Fall. Ich höre schon wieder Zombies. Hallo. Hallo. Könntest du bitte sterben? Ne, sterben. So, mit tot umfallen. Genau sowas. So ist fein. So, ich höre noch einen anderen, aber das ist mir jetzt egal. Ähm, ich tue das mal bei uns in der Truhe einfach rein hier oben. Mhm. Ähm, ja. Okay. Okay, okay, okay. Oder ich tue es nicht in die Truhe, weil die Truhe voll ist. Also mache ich die Truhe einfach mal ein bisschen größer. Hepp. Ach, so ist das fein. So, ich tue mal alles da rein, was ich jetzt hier gerade habe. Da, 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 da. Okay. Das hätten wir. So, ist ein bisschen alles bunt gemischt. Musst du gucken. Ich kann dir den Gravel da mal da... So, sortiere ich den mal ein bisschen da hin. Äh, zwei Stacks Gravel und vier einzelne. Okay. So, also mit Erde demnächst da oben dann. Ja. Und da machen wir uns da so ein Pfaddings draus, ja. Aber das sieht echt schön aus von hier unten. Das gefällt mir. Muss ich wirklich sagen. Also von... Wenn man hier direkt drunter steht, hier auf dieser Erdbrücke, sieht es echt gut aus. Das gefällt mir sehr gut. Und ich finde auch nicht, dass die jetzt zu wuchtig aussieht, ne. Obwohl wir die ja jetzt breiter gemacht haben, als sie ursprünglich geplant war. Aber ich denke, dass das gut aussieht. Was steht denn da oben jetzt auf diesen komischen Galgen rum? Achso. Ein Skelett und ein Creeper. Okay. Na gut. Ja. Die beobachten uns hier beim Arbeiten. Ist auch schön. Apropos Arbeiten. Wie sieht's aus? Sollen wir Feierabend machen? Warte, ich möchte noch eine kurze Sache, eine kleine Sache machen. Okay. Oh, das ist ein Creeper. Warum spawnen die da? Hast du noch Erde im Inventar? Dann kannst du noch kurz dir helfen. Ich hab keine Erde im Inventar. Ne, warte mal, haben wir hier bisschen eine Truhe? Oh Gott. Ja, wir haben unglaubliche drei Erdblöcke. Was ist das? Nicht explodieren, bitte. Ja, sch*** auf. Du gibst dein Bestes, ne? Ja. Oh, Inderman. Hi. Ach ja, klar. Wir haben die ganzen Fackeln jetzt abgekloppt hier, ne? Ich ändere das mal kurz und mache mal ein bisschen Licht hier, weil das ist sonst ein bisschen dumm, fürchte ich. So, einfach mal random so ein paar Fackeln hin und klatschen hier. Keine Lust, dass uns hier wirklich da irgendwas nochmal explodiert, weil Creeper spawnen und all so ein Zeug, ne? Äh? Mit einer Schauflaste gesagt, ne? Geht das? Was wär wo? Der Erde. Äh, ja. Da muss aber Gras drauf wachsen. Mhm. Ach, da muss erst Gras drauf bewachsen sein. Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. Weil ich meine, wir machen dann einfach, äh, die drei Mittelteile aus Erde und machen dann das andere aus Koppel, ach, aus Kies, mein ich. Ja, das sollte passen. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ne, gut, dann, ähm, ja, machen wir aber trotzdem Feierabend. Jo. An der Stelle erstmal. Ich glaub, ich hab ja erstmal genug ausgeleuchtet hier oben, oder? Das sollte erstmal passen. Dann hoff ich mal, dass, äh, zur nächsten Aufnahmesession das alles schön, dass Gras über die Sache gewachsen ist. Ja. Schön. Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Vielen Dank. Ganz fein. Ja, toll. So, also Grimme Online Award nehmen wir dann auch gerne entgegen. Ist kein Problem. Hatten wir ja schon mal, ist ja gleich nebenan bei mir. Genau, wie der Webvideopreis, den nehme ich auch gern. Ja, das machst du dann, ich mach dann mit dem Grimme-Preis. Weil das ist halt, ist für mich auch näher. Das macht einfach mehr Sinn, ne? Also, wenn ihr uns den geben wollt, ne? Sagt einfach kurz Bescheid, ich komm eben rum. Ist ja nicht weit, ne? Ich komm eben rum. Ja, zieh mir meinen Inliner an, fahr ich eben rüber bei euch. Wird super. Weiß klar. Dann nehmt noch Kaffee, Kuchen mit. Ja, klar. Ich mein, ne, wenn man schon dann da rumfährt, klar. Ist ja kein Ding. Hier noch mal kurz schlafen. Gut. Du willst schlafen gehen? Ja, beenden wir die Folge so. Na gut, dann hauen wir uns ins Bettchen. Ich glaube, da vorne ist aber irgendwo ein Creeper bei dem Bettchen. So, jetzt hab ich erstmal gerade noch ein Brot. Also, zumindest war da gerade irgendwo ein Creeper. Ich weiß nicht, ob er noch da ist. Ich seh ihn nicht. Ich dachte, er ist ein bisschen weitergelaufen. Okay. Einmalige Chance. Wenn, dann jetzt. Und schnell. Komm. Komm. Ja, ja, ja. Komm. Komm. Da springt er schon. Na gut. Ja, dann sag ich schon mal bis zum nächsten Mal. Ne? Und danke fürs Reinschauen. Tschüss. So, tschüss. Riesennacht. Geil. Ha, 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 ha.